Wir sitzen hier mit unserem Ulrich-Schatz-Sportzentrum mitten im Sportpark Rems. Der Sportpark Rems wird das Vorzeigeobjekt von der Remstal Gartenschau im Jahr 2019 in der Stadt Schorndorf, was wirklich einzigartig ist. Wir haben hier wirklich alles, was man so als Sportler braucht, also ein neues Stadion, Tennisplätze, Beachvolleyball, ganz viele Fußballplätze und eben unser Vereinsrestaurant, der Platzschirsch. Es ist wirklich alles vorhanden, was man als Sportler benötigt hier und das ist das ganz einzigartige und wir sind mittendrin. Eine weitere Besonderheit vom Ulrich-Schatz-Sportzentrum ist einfach die architektonische Ausgestaltung. Das bedeutet, wir haben eigentlich hier auf einer sehr kompakten Fläche eine super Möglichkeit, sehr abwechslungsreich zu trainieren, ohne dass sich die Leute eingespart oder sehr eng fühlen. Einfach durch die Glasflächen, die wir haben, durch die Galapie, die praktisch hier aufgebaut wird, durch den Durchbruch, den wir haben, wirkt alles sehr licht, wirkt alles sehr frei und die Leute fühlen sich dann auch sehr wohl und sind hier nicht irgendwie eingespart oder eingeklemmt oder irgendwie, dass sie sich eng fühlen, sondern ich kann mich hier auch frei entfalten in meinem Training und das merkt man natürlich dann auch, dass die Leute seelisch hier auch abschalten können. Das funktioniert sehr gut bei uns.